Ja, mein Geständnis, ich gebe zu, die Neider behalten Recht. Ich will weiter mit der Vermittlung von der THG-Quote Geld verdienen und deshalb verkünde ich hiermit Ben, kauf deine THG! Servus erstmal, dieses Video ist ein Update-Video zum Thema THG-Quote. Ich habe vor einigen Tagen ein Video online gestellt, wo ich mitgeteilt habe, dass ich meine Partnerschaft mit Geld4EherAuto.de erstmal ruhen lasse, weil ich dann mit der Ausgestaltung der AGB den Laufzeiten dort nicht so ganz einverstanden bin. Ich hatte das auch schon vorher Geld4EherAuto.de mitgeteilt, wir haben uns auch ständig ausgetauscht, auch im Frühjahr 2020 schon, dass ich da so ein bisschen unglücklich war mit der Ausgestaltung. Leider wurde es nicht verändert und ich hatte mir jetzt vorgenommen, erstmal meine Partnerschaft ruhen zu lassen und dann nächstes Jahr vielleicht mit der THG-Quote wieder voller anzugreifen. Aber unter diesem Video haben sich auch wieder ein paar Neider gemeldet, die mir den Erfolg mit der THG-Quote scheinbar nicht gönnen, zumindest interpretiere ich das so. Und zunächst hatte ich mich drüber aufgeregt und dann habe ich mir gesagt, nee, jetzt ganz im Gegenteil, jetzt greifst du richtig an. Ich warte nicht bis 2023, ob sich da noch was an der AGB tut. Ich schaue mich nach einem Partner um. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe am selben Abend noch für den Folgetag ein Team-Meeting vereinbart und präsentiere euch jetzt die neue Internetpräsenz ben-kauf-deine-thg.de. So, und dann geben wir das hier oben gleich mal ein, ben.kauf-deine-thg.de ist die Domain. Wir klicken auf Enter und dann sind wir schon auf der Seite oben. Oh, Moment, warum ist denn mein Kopf da abgeschnitten? So, jetzt passt's. Hier sind wir jetzt also auf der Seite zu ben-kauf-deine-thg.de und im Moment wird hier ein Betrag von 375 Euro garantiert, das ist für 2022. Ich rate auch jedem zunächst erstmal nur für 2022, egal bei welchem Anbieter abzuschließen, falls ihr noch nicht abgeschlossen habt, denn für 2023 werden im Moment relativ niedrige Prämien garantiert und ich gehe davon aus, dass sich im Laufe des Jahres 2023 da bessere Angebote noch ergeben. Hier bei mir, bei den Ben, bekommt ihr 375 Euro garantiert, die Höhe der Prämie hängt aber vom Marktpreis und dem Zeitpunkt des Verkaufes ab, das heißt also, die kann auch höher ausfallen, aber mindestens 375 Euro. Hier wird also nicht mit bis zu 450, 460, 470 Euro geworben, sondern hier wird mit dem Mindestbetrag geworben und der kann am Ende auch höher ausfallen. Zeige ich euch auch nochmal die AGB dazu, die haben wir hier, damit ihr auch seht, dass das hier wirklich ein bisschen anders ausfällt. Also zunächst erstmal, es handelt sich natürlich um eine White-Label-Lösung. Dieses Internetportal habe ich nicht entworfen, sondern mein Partner ist in dem Fall, wir kaufen deine thg.de. Das ist also die MeinFuture GmbH, die praktisch die ganze Abwicklung übernimmt, die auch die Internetseite zur Verfügung stellt, etc. Wir gehen jetzt hier mal runter auf Vertragslaufzeit. Die Vereinbarung über den Service der MeinFuture beginnt mit Anmeldung eines E-Fahrzeugs und endet automatisch mit Beendigung des Service für das jeweilige Jahr, für das das E-Fahrzeug angemeldet wurde. Der Service ist beendet, nachdem MeinFuture den THG-Quotenhandel für den Nutzer durchgeführt hat und dieser seinen Erlös nach 5.3 erhalten hat. Ich habe auch schon darauf hingewiesen, die Ziffern werden hier nicht angezeigt. Also auf der Version, die ich als PDF bekommen habe, da ist es auf jeden Fall ersichtlich. Okay, das ist auf jeden Fall die AGB. Ich habe sie mir durchgeschaut. Ich habe nichts gefunden, was mir nicht gefällt. Falls euch da irgendwas auffallen sollte, schreibt mir auf jeden Fall auch nochmal eine Mail an reporter-elektro-news.de, aber ich gehe davon aus, alles ist hier sauber und schön geregelt. Jetzt sind wir also wieder auf der Hauptseite. Wie gesagt, 375 Euro gibt es mindestens und jetzt spielen wir die Anmeldung mal durch. Jetzt Prämie sichern und hier kannst du jetzt deine Wahl treffen. Du kannst in die Ladeinfrastruktur, in die Öffentliche investieren. Das ist also was, wo du praktisch auf dein Geld verzichtest. Du kannst Bäume pflanzen. Das wollen wir alles nicht, sondern die Benetarier sollten so clever sein und sich die Prämie selbst auszahlen lassen und dann damit machen, was sie wollen. Ob ihr davon eine Städtereise macht, schönes Abendessen oder mehrere schöne Abendessen, ob ihr euch einen Satz Reifen kauft oder ob ihr die Versicherung fürs Auto bezahlt, völlig egal, ist euch überlassen. Wir wählen natürlich Auszahlung. Doch nichts Gutes tun. So, nachhaltige Produkte wollen wir nicht. Weiter. So, ökologische Auswirkungen, 100%ige Auszahlung. Wie gesagt, das halte ich alles für so ein bisschen Virtual Signaling. Das brauchen wir alles nicht. Wir wollen also die Auszahlung. Jetzt müsst ihr hier an dieser Stelle einen Fahrzeugschein hochladen. Ich mache jetzt da einfach mal pseudomäßig was. Ich habe also mal einen Fahrzeug-Dummy vorder- und Rückseite vorbereitet. Wir gehen also Foto von der Vorderseite, Fahrzeug-Dummy 1 einmal und Fahrzeug-Dummy 2 von der Rückseite. Vom Fahrzeugschein wohlgemerkt, nicht vom Fahrzeugbrief. Wir klicken auf Weiter. Jetzt könnt ihr euch hier aussuchen, ob ihr für 2022 und 2023 beantragen wollt. Das empfehle ich ausdrücklich nicht. Nicht für 2022 und 2023 abschließen, sondern zunächst erstmal für 2022. Jetzt gehen wir hier auf Weiter. So, und jetzt könnt ihr hier eure Daten eingeben. Das mache ich an dieser Stelle nicht mehr, denn ich habe mein Auto ja schon bei einem anderen Anbieter angemeldet. Ihr bekommt dann auf jeden Fall auch in eurer Übersicht angezeigt, wenn ihr euch eingeloggt habt, welche Fahrzeuge ihr habt, wie lange ihr verlängert habt. Ihr könnt dort dann auch über Button entsprechend die Verlängerung auf 2023 beantragen, etc., etc. Also ich zeige euch jetzt mal, wie das Ganze dann in meinem Konto aussieht. Allerdings habe ich da kein Auto wirklich angelegt. So, wir gehen wieder auf Ben-Kauf-Deine-THG.de. Jawohl. Und wir gehen hier oben rechts auf Einloggen. So, und jetzt seht ihr hier auch die Internetseite. Ihr könnt also hier eure Fahrzeuge verwalten. Klar, da habe ich keins. Wir gehen wieder zurück über Home, dann können wir auch ein neues Fahrzeug anlegen hier. Also hier weitere Prämie sichern. Das machen wir an der Stelle nicht. Wir gehen wieder auf Home. Hier unten sind dann die Verwaltungsgeschichten. Also das ist insgesamt die Übersichtseite, so wie sich das darstellt. Bitte füllen Sie Kontodaten aus und so weiter. Das muss ich alles noch machen. So sieht also die Seite an sich aus. Und wenn ihr, wie gesagt, bei Fahrzeugen seid, dann habt ihr auch immer die Möglichkeit, das einzelne Fahrzeug wieder um Jahr zu verlängern. Ihr müsst aber eine aktive Handlung ausführen. Es ist also nicht so, dass sich hier irgendwas automatisch auch für 2023 oder gar 2024 verlängert. Ja, das ist also dann die THG-Lösung für die Breaking Electro News. Ich bedanke mich dabei. Wir kaufen deine THG.de, dass das so schnell ging. Wie gesagt, ich habe am Mittwochabend den Termin vereinbart über das Online-Portal von denen. Am Donnerstagmorgen haben wir schon gesprochen. Und ich wollte eigentlich im Idealfall schon Samstag online gehen, um die Neider noch ein bisschen neidischer zu machen. Das hat nicht geklappt. Es hat ein bisschen gedauert, bis die Seite dann jetzt tatsächlich online war. Das ist jetzt der Fall. Und ich denke, es ist ein faires Angebot. Klar, es gibt Anbieter, die zahlen noch mehr oder versprechen noch mehr. Also Geld4E-Auto.de hat immer noch 400 Euro. Aktuell verpflichtet ihr euch aber für 2022 und 2023. Das, wie gesagt, empfehle ich im Moment nicht. Ich werde aber auch den Referral-Link von Geld4E-Auto.de weiterlaufen lassen, weil dort halt die Prämie, die an die Info-Lenser ausgezahlt wird wie mich, die ist halt wirklich super attraktiv und auch deutlich höher als das, was ich jetzt hier bei Ben Kaufdeine THG.de bekomme. Aber hier bekomme ich es dann halt jedes Jahr und bei Geld4E-Auto.de halt nur einmalig. Also von daher, es hat alles Vor- und Nachteile. Deshalb lasse ich beide Lösungen jetzt laufen. Ich werde aber diese Geld4E-Auto.de-Geschichte nicht mehr aktiv bewerben, solange die AGB so ist, wie sie ist, weil die mir so einfach nicht so richtig zusagt. Dann noch eine Ansage an die Neider da draußen. Ich habe zu keinem Zeitpunkt in Erwägung gezogen, nicht mehr mit der THG-Quotenvermittlung Geld zu verdienen. Denn das ist natürlich eine super Möglichkeit, um das Einkommen auf YouTube mit relativ geringem Aufwand aufzustocken. Und auch die Bereitschaft von euch da draußen, von meinen Zuschauern, das im Jahr 2022 über meinen Referring zu machen. Die war riesengroß. An dieser Stelle nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön dafür, dass ihr mich so unterstützt habt. Natürlich hoffe ich, dass ihr es auch mit der neuen Regelung macht. Aber ich habe auch absolutes Verständnis dafür, wenn ihr zu einem Anbieter geht, wo es halt eine höhere Quote gibt. Das ist einfach so. Ich hoffe, dass Ben Kaufdeine THG.de konkurrenzfähig bleibt, weil ich denke, mit 375 Euro garantiert, ja, ist das schon okay. Wie gesagt, gibt noch ein paar Anbieter, die zahlen 380, 390 oder gar 400 Euro. Dann gibt es auch welche, die versprechen noch mehr. Und ich habe vollstes Verständnis. Jeder muss sehen, wo er bleibt. Und wenn jemand ein besseres Angebot in Anspruch nimmt, dann ist das so. Also dann auch Daumen hoch auf jeden Fall. Ich kann jedem nur raten, die THG-Quote mitzunehmen, wenn ihr ein Elektroauto fährt. Lasst euch nicht von irgendwelchen Moralaposteln einreden. Das sei unmoralisch, weil ja die Mineralindustrie dann niedrigere Strafzahlungen hat. Das ist eine von der Bundesregierung gewollte strukturpolitische Maßnahme, um Elektroautofahren billiger zu machen. Bei den aktuellen Strompreisen und Ladepreisen, die nur eine Richtung kennen, nämlich nach oben, ist das eine willkommene Entlastung. Und trotzdem wird ja durch diese THG-Quote auch das Fahren von einem Verbrenner, das Betanken mit Diesel oder Benzin oder auch Heizöl, ich muss wieder tanken, das wird dadurch teurer. Und das Kaufen von einem Elektroauto, also die Schonung der Umwelt, sicherlich nicht Rettung der Umwelt, aber schonender Umgang mit Ressourcen und mit der Umwelt, das wird an dieser Stelle belohnt. Das Ganze muss natürlich auch irgendwie finanziert werden und die Bundesregierung hat sich über diesen Finanzierungsweg entschieden, was ich unterstütze, was ich begrüße, was ich richtig finde. Und deshalb nehmt die THG-Quote auf jeden Fall mit, egal über welches Portal, lasst euch das Geld nicht entgehen, weil irgendjemand meint, man sei ein besserer Mensch, wenn man die THG-Quote nicht einsackt. Ihr fahrt Elektroauto, ihr nehmt dafür andere Nachteile in Kauf, wie geringere Reichweite, vor allen Dingen im Winter schrumpft die Reichweite, extrem hohen Ladekosten an der öffentlichen Ladeinfrastruktur und deshalb an dieser Stelle mitnehmen. 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 Okay, das soll es dann für dieses Sensationsvideo gewesen sein. Ich höre nicht auf zu versuchen, mit der Vermittlung von THG-Quoten Geld zu verdienen. Wer hätte das gedacht? Und jetzt abschließend nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an alle Zuschauer da draußen, die mich unterstützen, egal in welcher Form, sei es über die THG-Quote oder über ein Abo oder über einen Daumen hoch. Vielen Dank. Ohne euch könnte ich diesen Job, in Anführungszeichen, nicht machen. Also da ein herzliches Dankeschön. Mir bleibt jetzt euch nur noch ein frohes Weihnachtsfest zu wünschen. Bleibt gesund. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Kritik, wie immer unten gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Und ein Abo ist wohl auch ja toll, sonst verpasst ihr das nächste Video. Bis nachdem! Okay, und meine tid.